ein wunderschön da bin ich auch schon wieder euer odin und ich habe ja gerade das konen video gemacht also heute und ja der blue hat mich dann noch auf eine idee gebracht das schnellste platin spiel überhaupt zu machen und da habe ich mir gedacht warum einfach nur platin machen wir machen einfach mal das schnellste platinum spiel mit dem schnellsten installieren alle drum und dran also ich habe es noch nicht installiert ich habe da noch keine trophie gar nichts und ja ist ja gut angeblich soll man das in wenn man gut ist in einer halben stunde schaffen da bin ich mal gespannt wir gehen erst mal in den store das spiel muss man kaufen das ist nicht für playstation plus da gibt er dann einfach mario ein und dann kommt er hierzu mein name ist mario das hat 80,000 mb 1,19 kostet das kaufen wir uns jetzt einfach mal zur kasse gehen es kann sein dass ich natürlich was länger brauche weil die mause hier ein bisschen anhänglich ist und mir ganze zeit hier ankraucht sagen wir hier ach da haben wir auch ein paket mit bei ok so spiel ist schon installiert wie ihr seht gucken wir uns mal an was er hier runtergeladen hat und dann würde ich sagen ich mache mir mal noch die stop uhr an zusätzlich ich habe da kein suchfeld muss ich hier machen stop uhr stop uhr das mache ich nochmal hier oben hin und dann würde ich sagen los geht es und das ist das einzige was ihr machen müsst ihr müsst jetzt hier die ganze zeit einfach nur x drücken und dann ploppen die trophäen nach und nach auf und mit drei könnt ihr der mayonaise ab einer bestimmten punkte zahl über ab 50 oder so was anderes anziehen und ihr seht es mal kling 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 und ihr seht es mal kling 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 aus Aber das geht aber auf den Arm. Ich leg mir den Controller jetzt einfach hier auf den Schoß und drücke mit dem Zeigefinger. Das macht es besser als mit dem Daumen an dauernd zu drücken. Machen wir hier bis 500 cm, zack, dann haben wir das Dreieck, fangen wir oben einfach mal an. Und dann haben wir das Dreieck. 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 Okay. Oh Gott. Wir nehmen die Citagonix. Ich glaube, ich muss aber so und so viele Punkte mit jedem Outfit kriegen oder so. Oh Leute, das ist so abig. Oh Gott. 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 Jetzt ziehen wir mal Rocker Outfit an. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch nie nachgelesen. Ich glaube 100 Punkte muss das mit ihm machen. Mit ihm Outfit. Oh Gott! Fliege Katzen. Oh Gott, jetzt ist so albern das Spiel. Schon wieder lustig ist. Ja, also 100... Achso, der ist jetzt gar nicht aktiviert. 누�nothinge Flieger. Stimmt. Undas ist alles wieder Abe. So wird Musik fürolaUD und ihre Flieger. Überrasch happens. Berat 조�ук apresent Fans. Genau. Das war's. Das ist auch nicht nur Stupido X drücken, du musst auch wirklich die Kostüme wählen. Also Mod-Controller ist zwar zwischendurch ganz gut, aber... ... die Kostüme aus dem Kostüme. Ich habe das Kostüme, die Kostüme aus dem Kostüme. Wir können auch die Kostüme aus dem Kostüme aus dem Kostüme. Oh Gott. Oh, du Scheiße, was lassen die sich da noch ebenfalls hin? Und da könnt ihr auch in ein paar anderen Stores kaufen, also US, UK, da könnt ihr genau das gleiche machen. Und dann müsst ihr dann halt dementsprechend die Hälter planen und dann könnt ihr da, wie sich für in jedem Store Platinolen, also beziehungsweise auf Deutsch installieren und dann auf eurem deutschen Platinolen. Fünfmal das gleiche Spiel zum Beispiel. Also fünfmal jetzt nicht, aber... Da sind es aber nur einige, die wir aktivieren müssen. Ja. 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 Das muss ja was aktivieren. Da geht es weiter. krampf Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe gerade mal Halbzeit, in etwa Halbzeit. Vor allem auch welche mit bei, die haben 50 Minuten gebraucht dafür. Wer hat sich denn so was einfallen lassen? Einfach stur auf Magnoneseglas rumhauen. Ich habe auch den Leitfaden nebenbei auf, also falls wir dann irgendwann eh eine Trophäe nicht haben. Oh, Gott. Oh, bitte komm endlich drauf her. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann. 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 Leute, also bei mir macht der Finger jetzt schon schlapp und gibt das Handgelenk. Nicht, dass euch wundert, dass der Controller hier auf den Tisch knallt. Ich kann den nicht die ganze Zeit festhalten. Ich kann den nicht die ganze Zeit festhalten. Oh, Mama. Also, Blue, falls du das siehst, viel Spaß. Weil Blue hat es noch nicht, aber der will sich wahrscheinlich irgendwann umholen, glaube ich. Einfach nur, weil es ein schöner Platin ist. Oh, Gott. Irgendwann, jetzt gleichmäßig hier, schnell bringt es nicht, dann tut der Tante längst so schnell weh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir sind schon bei 20 Minuten. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Nur diese Klimpern da? Nee. Scheiße, das passiert doch schon mal probieren oder was? Ah. Kann ich gern derzeit mal in den Weibad machen. Danke für Ihren Einkauf. Schleister, ich bedanke dich bei mir für den Einkauf. Ja, ist brav. Schleister. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Am Anfang war es toll, da kamen alle nase lang ein Trophäe, aber jetzt sind eher einschlafend hier. So, warte mal, ich muss mal ein bisschen umbauen hier. So, mein Mauspad, damit mal, ist der Controller nicht ganz so laut, wenn er hier mal über den Tisch schraubt. Wer tut sich das freiwillig an? Oh, alter, mir ist schon, mein Finger ist schon wund. Welcher Controller soll das denn so lange aushalten, ey? Boah. 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 Oh, Gott. Hätte ich das vorher wusste, weil ich mich hier einlässt. Aber irgendwie passiert hier nichts. Ich glaube, dass ich mich hier einlässt. ging es immer schneller, dass da irgendetwas aufgeploppt hat. Das schaffen wir nicht mehr. Mit 30 Minuten, weil wir sind schon bei 26. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh. Willst du mich verarschen? Oh, leck mich doch mal. Oh, leck mich doch mal. Oh, leck mich doch mal. Ich muss das mal. Passiert irgendwie nix. Alter, wie viele Punkte haben die? Die sind doch bescheinert. Warte, ich muss das mal wieder groß sein. Ich muss das mal wieder runterfallen. Oh Gott. Ach, oh. Oh, leck mich doch mal näher. Oh, leck mich doch mal. 10.000 das habe ich auch noch nicht mit 0 300 10.000 wir sind bei 30 minuten jetzt gucken wir einfach mal nach 68 prozent und war 10.000 und lockt ich wollte mich verarschen da müssen wir jetzt mal nachgucken noch zusätzlich mit 30 minuten wird leider nicht mehr ich finde meine maus nicht das ist eine bronze Trophäe Identity wo haben wir denn erhält man wenn man das Glas Mayonnaise bei aktiviertem okay oh Identity habe ich erst mit die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wartet, da muss ich noch mal nachgucken. 143 Leto, passiert ja gar nichts. 153 Leto, passiert ja gar nichts. Stich! Ach, das ist es, okay. Ach, das ist, okay. Jetzt machen wir noch weiter bis 550, dann machen wir noch bis 600. Oh, ja, gut auch. Alles kontrollieren hier. Alles farbig. Vier Stück sind es noch. Unlock all. 0 von 50. 10.000. 300. 300. Ja, da brauchen wir 300. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. 1.000. 1.000. 2.000. Da braucht man nur 50 und für 10.000 gibt es was, wenn man alle Ah, das ist ja eine goldene. 10.000 ist jetzt nur noch die 10.000 erreichen und alle haben Aber jetzt ist gut gesagt hier einfach mal 10.000 erreichen Oh, leg mich am Arsch. Ich muss noch mal nachgucken, ey. Ja, 10.000, alle erreichen. Und das war's. Okay. Gut. Dann haben wir es doch bald geschafft. Dann ziehen wir die 1.000 Punkte hier noch durch. Wir sind jetzt bei 39 Minuten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich den Controller halten soll. Mir tut schon alle Finger weh. Aber ich würde gerne, wenn ich es abschließe, richtig abschließen, mit einem Rock-Mayonnaise-Glas. Das wäre so gut. Das rät im Bild dann bei Instagram oder so teilen. Wir sind bei 40 Minuten. Also wenn ihr einen besseren Arm habt als ich, dann kriegt er das doch schneller hin. Aber irgendwann ist der Arm echt dauer. Wenn er zu dritt oder zu viert seid, geht das natürlich schneller. Dann kann man sich abwechseln. Mal 500. Yes! Ich sehe den Endspurt. Oh Gott! Oh Gott! Das installiere ich meiner Tochter auf den Plästern und sage, hier mach Platzi. Das sind die Ferien. Ich brauche den Arm jetzt nicht zum Schreiben. Also von der Heim. Komm, Motationat! Boah, leg mich doch am Arsch hin! Jetzt wird es langsam echt ermüdend. Oh Gott! Und hier gibt Leute, die machen das über Platin hinaus. Die drücken hier, weiß ich wie lange. Gold und kommt Platin. 42 Minuten. Noch eine goldene, weil wir alles erreicht haben. Und Platin. Boah, leg mich am Arsch, Alter! Was ist das für ein Scheiß? Oh Gott! Ja! 42 Minuten noch was. Wir haben Platin. Mit, ich weiß nicht wie lange das Video jetzt geht hier, vielleicht 50 Minuten. Mit runterladen, anfangen, spielen, nochmal nach dem Trophäeleitfahren schauen. Innerhalb von 50 Minuten, rund gerechnet. Platin. Ist doch nicht schlecht. So wie bei der Ikonen, da haben wir ein bisschen über eine Stunde gebraucht. So! Aber da ist das runterladen wieder länger, weil das sind ja 78 Gigabyte. So! Aber ich verabschiede mich dann jetzt für heute. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein! Ahoi! Sagt euer Odin!